So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit dem Thema Bellkörperteile, die dir nicht gefallen. Wir fragen Jungs und Mädels, mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin Marco. Ich heiße Mehmet. Ich heiße Yusuf. Ich heiße Alex. Ich bin Esramunjo. Funda. Ich heiße mich. Du sagst mir drei Körperteile, die du an die hässlich findest. Bruder, an mir. An dir. Voila, alle sind schön. Alle sind schön. Aber weißt du, was ich hässlich finde? Voila, meine Nase. Wie so ein Pistole, Digga. Wie so ein Pistole hältst, Digga. Revolver. Revolver, Bruder. Nur Nase. Nur Nase, weißt du, weil ich bin selber, weißt du. In unter Jungs, Jugos, Digga, ist halt so. Voila, unser Rund, Jugos, wir haben eine fette Nase, Bruder. Bin ich dir ehrlich? Okay. Auch gute. Natürlich, aber. Nase. Nase, Bruder. Nase ist wichtig. Sonst alles gut. Augenfarbe. Voila, ich würde mir Grün wünschen. So ein bisschen dunkelgrün. Okay. Haare, Nase, Augen. Jungs, das war beste Interview. Oder das warst du, oder was? Das war zu wild. Du wild, Bratan. Zu wild. Freik mal auf Instagram. Jo. Marki, zripp. Was findest du an dir hässlich? Drei Körperteile, bitte. Ich kann ihn nicht Körperteile nennen, aber ich sag dir jetzt, meine Körpergrüße. Okay. Das ist wirklich sehr traurig, Mann. Wie groß bist du? Ich würde jetzt nicht stolz sagen, aber ich würde sagen, jetzt stolz 1,70 so. Weißt du? Das ist gut, ja. Ist gut. Ist gut. Ja. Du bist stolz drauf, Bruder. Wie groß bist du eigentlich? Ich. 1,75. Jungs. Schau. Voila, 1,85. Geht schon? Mhm. Schmeckt's. Schmeckt gut, Bruder. Sehr gut. Hast mich gerade erwischt dabei. Ja, Mann. Okay, meine Frage ist nicht. Drei Körperteile, die du an dir hässlich findest. Nase ist ein bisschen. Okay. Nase. Dick. Ja, so ungefähr diese Kornnase. Bruder, ich würde meine Knie sagen. An meinen Knie sind so fette Narben. Okay. Die haben aus dem Gefallen. Das ist, Bro, ich glaube Finger. Finger, okay. So Slendermäßig auf den. So auf Slendermäßig. Welche Sache würdest du als allererstes ändern wollen? Knie, Bro. Knie. Aber warum? Das sind fette Narben, die gefallen mir gar nicht. Nur die Narben? Ja, Bro. Ja, okay, Bruder. Sonst? Letzte Worte? Nein, Bro, eigentlich nicht. Drei Körperteile, die du an dir hässlich findest. Bro, Bruder, warte kurz. Zwei Stunden später. Meine Hände. Augenbrauen. Ich finde mein Körper nichts Schlechtes, aber... Arrogant noch hier, oder was? Arrogant. Sag mir doch halt schnell. Sag mir eins, Bruder. Ja, okay. Ich sage, du ist ja egal. Okay, Bruder. Sonst? Letzte Worte? Irgendwo. Darf ich meinen Insta sagen? Ja, darfst du. Z777. Und dann, was sollen die machen? Einfach draufklicken. Und dann? Dann wieder deabonnieren, bitte, ne? Jetzt meine Frage. Drei Körperteile, die du an denen nicht magst, die du bessern würdest. Nase, Beine, Füße. Okay, jetzt sagst du mir, warum, warum, warum? Nein. Doch. Wieso? Weil? Ich bin zu privat. Warum die Nase? Was gefällt dir an deiner Nase? Natürlich, die Nase, halt für groß, für breit. Okay. Erster Grund, zweiter Grund? Zweiter Grund. Beine? Ja. Aber warum? Größer oder? Ja, weil ich will größer sein ein bisschen. Ich bin zu klein. Wegen Größe nur? Genau. Okay, und was noch? Füße. Warum? Für irgendwas? Weil ich glaube, Plattfuß. Und das ist nicht gut, weißt du? Nein. Plattfuß? Ja, weißt du. Du kannst doch diese eine Hule. Und wenn ich draufstehe, ist es einfach glatt. Ach so. Nein, ich habe eigentlich nicht verstanden. Grüß jemanden. Ich grüß muss nur lacht. Hä? Drei Körperteile, die du an dir hässlich findest, die du gerne bessern würdest. Also meine Nase. Okay. Meine Lippen. Das ist witzig. Körperböße. Warum Nase? Pass mal. Nicht von Seite, aber schon meine Nase. Zeig mal. Und meine Lippen, ich habe keine Lippen. Okay. Also du wirst größer gelitten, besser gerne Nase und was noch? Aber eigentlich würde ich auch gerne so ein bisschen machen müssen. Was? Was ist denn das? So ein bisschen hochspritzen. Was? Augenbrauen? Nein, so lüften. Was? Dein Gesicht? Ja, so. Dein Gesicht lüften? Ja. Wie geht das? Okay. Zu perfekt. Wenn du eins machen könntest, nur eins, was würdest du machen? Meine Nase. Definitiv. Meine Nase. Safe. Meine Nase. Safe. Ich stelle mal vor, ich heirate. Letzte Worte. Tschüss. So Leute, das war es mit diesem Video. Ja Leute, auf jeden Fall. Hier habt ihr die ein oder anderen Meinungen gehört. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.